Der heute stattfindende Gesundheitsausschuss behandelt das Impffreiheitsvolksbegehren. Im Rahmen dieses Ausschusses und des integrierten öffentlichen Hearings werden wir diskutieren, inwieweit verpflichtende Impfungen, so wie sie die Bundesregierung vorsieht, zulässig sind, verhältnismäßig sind oder ob nicht andere therapeutische Alternativen zweckmäßiger sind. Dazu haben wir von jeder Fraktion einen Experten gelagen. Unser Standpunkt zu diesem Thema ist klar. Wir halten die Impfpflicht für unverhältnismäßig und wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass jeder Mensch frei über die Unversehrtheit seines Körpers und Impfung oder Nichtimpfung entscheiden kann. Also nach heutiger Sicht ist ein Impfzwang und auch dieser Impfdruck, der gegenüber der Bevölkerung, der nicht geimpften Bevölkerung, gesunden Bevölkerung vorherrscht, einfach nicht nachvollziehbar und medizinisch fast schon fahrlässig, weil wir nicht wissen, wie diese Therapeutika langfristig wirken. Wir haben jetzt gerade einmal ein halbes bis dreiviertel Jahr, wo wir diese Medikamente kennen. Die Langzeitwirkungen wissen wir nicht und daher ist ein Impfzwang oder der Impfdruck, der momentan aufgebaut wird, eigentlich abzulehnen. Weil wir ja wissen, dass die Kinder und die Jugendlichen so gut wie nie ernsthaft erkranken, wenn nicht irgendwelche Grunderkrankungen vorliegen. Und egal, ob es hier einen Impfstoff geben wird oder nicht, also vorerst einmal, wenn wir nicht einmal bei den Erwachsenen Langzeitergebnisse haben, sind Kinderimpfungen nicht zu bejahen. Wir wissen davon einfach zu wenig. Das Nutzenrisiko ist einfach bei den Kindern nicht gegeben, bei den derzeitigen Varianten und bei den derzeitigen Viren, die da vorhanden sind. Also von daher, gesunde Kinder zu impfen, ohne Langzeiterfahrungen zu haben, selbst bei den Erwachsenen, das kann man gar nicht begrüßen. Was mir als Arzt ganz unerklärlich ist, warum wir die Möglichkeit nicht nützen, Antikörpertests zu machen. Es gibt, das hat auch die Frau Prof. Dorothee von Laar festgestellt im Bezirk Schwarz, dass 25 Prozent der untersuchten Personen eine natürliche Immunität erworben haben. Das wäre eigentlich ein Grundfaktor, dass ich da mal die Zahlen endlich erhebe, wie hoch die echte durch Immunität, die erworbene Immunität in der Bevölkerung ist. Das wird seit Anfang an der Pandemie verhindert, objektive Zahlen zu erheben. Und das ist eigentlich nicht, das kann man nicht gutheißen. Also ich muss einmal wissen, wie viele Personen betrifft es, wie viele Personen sind schon betroffen gewesen. Und nur so, wenn ich Fakten und klare Zahlen auf dem Tisch habe, kann ich eine vernünftige Gesundheitspolitik machen. Also an Alternativen in der Behandlung haben sich die Antikörperpräparate sehr wirksam herausgestellt, die auch mit einer einfachen Dosis bereits angewendet werden und zum Erfolg führen. Bekanntestes Beispiel dafür ist Präsident Trump, der hat das im Herbst 2020 schon bekommen und das hat sehr gut gewirkt und war sehr erfolgreich. Und wenn wir diese Impfstoffe, die derzeit am Markt sind, hernehmen, die gesunde Personen bekommen sollten, und wir die Alternative haben für die Antikörperpräparate, gerade die müssen halt nur rechtzeitig angewendet werden. Man kann sie beschaffen, es gibt sie und es wäre höchste Zeit, dass wir auch diese Therapieoptionen öffnen. Damit könnte man erst recht die Spitalsaufenthalte und vor allem die Intensivaufenthalte massiv reduzieren.